SICK bietet mit dem TIC501 Pro ein hochmodernes Profiling-System, das sich einfach in ein Verkehrsmanagementsystem integrieren lässt. TIC501 besteht aus einem Laserscanner und einem Traffic-Controller und kann bis zu 30 verschiedene Fahrzeugklassen über mehrere Fahrspuren hinweg gleichzeitig identifizieren. Unabhängig von der Geschwindigkeit der Fahrzeuge und sogar, wenn Sie die Spur wechseln. Das System lässt sich flexibel installieren, ohne dass Einbauten im Straßenbelag notwendig sind. TIC501 kann über der Straße zum Beispiel an einer Brücke oder einem Portal montiert werden. Außerdem lässt sich TIC501 auch seitlich an einem Galgen oder Mast befestigen. Das System kann mit nur einem Laserscanner zwei Fahrspuren gleichzeitig erfassen und überwachen. Sind noch mehr Fahrspuren zu überwachen, lassen sich bis zu vier Laserscanner an einen Traffic-Controller anschließen. Es lassen sich sogar vier Fahrspuren mit nur einem Laserscanner überwachen. Hierzu wird TIC501 in die Mitte zweier Fahrbahnen installiert. Aus den ermittelten Messdaten erstellt das System 3D-Punktwolken und bestimmt daraus die jeweiligen Fahrzeugklassen. TIC501 erfasst die Fahrzeugdaten kontinuierlich und übergibt sie via TCP-IP an das übergeordnete Verkehrsmanagementsystem. TIC501 Pro – das System für hochpräzise Fahrzeugklassifizierung, Verkehrsmanagement und Verkehrsanalyse.